Nutze deine kaufmännische Erfahrung, um dir einen Job beim Marktführer zu sichern. Als Kaufmann oder als Kauffrau für Marketing bei Global Software profitierst du von zahlreichen Benefits und einem großartigen Team, das dich jederzeit unterstützt. In einem intensiven Onboarding lernst du deine Aufgaben, deine Kollegen und dein neues Aufgabenumfeld kennen. Dir steht jederzeit ein persönlicher Mentor als Ansprechpartner zur Seite, um dich zusätzlich zu unterstützen, damit du nach einem erfolgreichen Start dein ganzes Potenzial entfalten kannst. Dein neues Aufgabenfeld umfasst verschiedene spannende Tätigkeiten. Neben der Unterstützung unseres Marketing Teams bei der Erstellung von Beiträgen und Events sind das Erstellen und Überwachen von Werbekampagnen sowie das Moderieren und Aufbereiten von Webinaren deine Aufgabe. Außerdem entwickelst du unsere Arbeitgebermarke weiter und bringst neue Ideen beim Aufbau der Personal Brand von Daniel Gluval ein. Du siehst also, dein Aufgabenfeld ist abwechslungsreich. Es gibt immer etwas anderes zu tun, sodass dir nie langweilig wird. Natürlich sind uns als internationales Familienunternehmen unsere Mitarbeitenden wichtig. Daher bieten wir eine Vielzahl an steuerfreien Benefits wie E-Bike Leasing, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Internetkostenzuschuss und gegebenenfalls einen Kindergartenzuschuss an. Aber auch deine fachliche und persönliche Weiterbildung ist uns wichtig. Daher bieten wir dir den Zugang zu zahlreichen professionellen Online-Kursen. Und nicht nur das. Du nimmst wöchentlich an einem Mentoring teil, bei dem du anerkannten Experten im Bereich Online-Marketing deine Fragen stellen kannst. So entwickelst du kontinuierlich deine Skills weiter. Klingt das nach einem perfekten Job für dich? Bewirb dich jetzt und nutz deine Chance auf eine Stelle beim Marktführer der Branche. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen.